Moin, Moin, Tag, Servus und Grüezi und Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Skyrim, meine Die Bneimos. Danke, dass ihr wieder einschaltet. Und wie ihr sehen könnt, stehen wir hier. Wir hatten zwischenzeitlich ein paar Bugs, weil entweder ist sie mir gefolgt und sie irgendwo, keine Ahnung, verschollen gewesen oder keine. Oder ich wurde zwischendurch mal auf einem Weg vom Drachen angegriffen und da ist sie durchgedreht. Sie hat mich dann für den Feind gehalten, obwohl ich sie nicht berührt habe. Ich habe ein paar Mal den Spielstand neu geladen und das ist gut. Und ja, ich vermute dieses System mehrere Kompagnons zu haben. Ist ein bisschen instabil, ist schade, aber probieren wir es noch weiter aus. Das ist geil. Seit dem letzten Mal, naja, nicht hinter mir waren, naja, haben wir ein bisschen geupgradet und ich glaube auch, dass du kein Vampir bist, sondern einfach nur eine Elfe. Schade. Gut, aktivieren wir mal das hier. Jetzt staunt. Guck, guck. Jee. Boah, ist das hell. Das ist, oh, nee, oh. Es ist an der Zeit, dass mein Glanz nach Himmelsreiz zurückgeht. Doch das Zeichen meiner Wahrheit liegt vergraben in den Ruinen meines einstmals großen Tempels. Guck, das ist im Boot. Der nun besudelt ist von einer listerlichen Dunkelheit, die sich damit regt. Das habe ich eben komplett übersehen. Der roten Beschwörer Malkoran schändet meinen Schrein mit abscheulicher Verderbnis, in dem er verlorene Seelen aus diesem Krieg einfängt und seinem Willen unterwirft. Schlimmer noch, er nutzt die Kraft aus meinem eigenen Zeichen, um seine elenden Taten zu begehen. Ich habe euch hierher gebracht, Sterblicher, damit ihr mein Champion werdet. Ihr werdet meinen Tempel betrachten, mein Artefakt zu holen und den Schempel vernichten. Ja, wir haben eh keine andere Wahl, also ja. Natürlich, ich habe es befohlen. Jetzt gilt, das Artefakt muss zurückgeholt und Malkoran vernichtet werden. Malkoran hat die Türen verschlossen, doch es ist mein Tempel und erhöht auf meinen Befehl. Macht besser jetzt mal die Augen zu. Ich werde euch einen Lichtstrafen nachsenden. Oder soll ich nach oben gucken für euch? Ich weiß nicht. Führt dieses Licht durch meinen Tempel. Ne, komm, guck mal nach unten. Augen zu durch. Das ist ein bisschen langsamer zu... Ich habe es anders in Erinnerung. Wo sind die zwei denn jetzt hin? Okay, Lydia ist da. Oh nein, wo ist sie hin? Ah, da. Danke. Oh Gott. So, kommt. Ich brauche euch. Gummst. Ich bin müde. Stimmt sogar. So. Okay, ihr Lieben, ihr wisst, was das bedeutet. Spaß. Spaß mit Fallen. Nur wenige würden es wagen, diese Ruinen zu betreten. Aha. Was euch an Weisheit fehlt, macht ihr mit Mut wieder wett. Äh, okay. Senet-Begleiterin. Leer, natürlich. Armes Schwein. Alles leer. Ich, 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 ich will da ran. Hier liegt wieder einer. Natürlich leer. Gerade jedes Mal im Moment, wenn ich klicke, äh... Steht da leer. Nee, äh, an Schädeln habe ich kein Interesse. Was zum... Ja, ich frage mich das gerade auch. Was zum... Ah, geht mir raus. Ich bin direkt hinter euch. Ja, ich merks. Nein. Wo ist du die Eile? Hacke ich mich auch. Guck mal erstmal hier rein. Ta-da. Gibt mir. Toll. Solitude übrigens, ähm... Gefällt mir sehr halt statt. Wirkt echt so ein bisschen mittelalterlich. So ein bisschen... Äh, ich kann es nicht beschreiben. So schön. Die Steinbaukunst. Wirkt ja irgendwie angenehm. Äh, links oder rechts? Probier mal beides. Hier war doch jemand, oder? Leer. Komm, das Schild lohnt sich gar nicht. Vorsichtig. Ja, ja, alles gut. Seid alle leer. Das ist doch... ...gemein. Gut, gehen wir weiter. Die Damen. Bitteschön. Gut. Danke. Ach, Iron Battleaxe. Die könnte er behalten. Warum öffnet sich jetzt dieses komische Menü die ganze Zeit? Das habe ich eben schon gehabt, wenn ich Escape drücke. Ich muss mal überprüfen. Hm. Ne, funktioniert nicht. Jetzt nochmal. Escape. Hä? Ich hatte mal vor einigen Wochen was, äh, verschüttet. Ich hoffe nicht, dass jetzt die Tasten ja allmählichen Geist aufgeben. Wäre sehr ärgerlich, weil es eine neue Tastatur ist. Äh. Ärgerlich würde es nicht mal ansatzweise treffen. Ah, 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 ah. Okay, äh, du rennst mich über einen Haufen, auch geil. Aber warum nicht? Oh, das ist aber lieb. Okay, da komme ich so nicht hin. Glitsch, glitsch, glitsch. Jetzt sind's. So, gut. Hier ist nichts drin. Leer, leer, leer. Ne, so eine Vase will ich nicht haben. Moos. Wir haben Moos, geil. Woher komme ich denn da hin? Es ist ein seltsamer Gedanke, dass in diesen Kammern einst die alten Mordwohren... Genau da war was. Feuer. Äh. Hä? Braucht ein bisschen, um zu reagieren, aber okay. Du bist da, okay. Und sie? Du bist da oben. Kommst du doch mal her? Na egal. Laufen wir mal. Irgendwann wird sie schon kommen. Ruined Books. Boah, geil. Woll ich es immer schon immer mal nicht haben. Ja, seit dem letzten Mal sind so ein paar Minütchen vergangen. Naja, Minütchen ist gut. Ach, Linn, Rap geht mir gerade am allerwertesten vorbei. Boah. Burnt Booked. Ist das irgendwas? Das ist kein besonderes Buch. Beschützt mich. Nee. Ich gehe nur aus dem Weg nicht, dass ich noch hier, äh, vom Flammen bis umarmt werde. So, haben wir hier noch was? Nee, viele Knochen, Knochen, Knochen. Ach ja, ihr Imperialen. Ich guck mal, ist hier irgendwas, was ich noch brauche? Eisentür, Adept, komm. Yippie. Keine Ahnung, was ich da ausgelöst habe, aber wird schon gut sein. Boah, alles leer, alles leer, krass. So, ich hoffe jetzt, dass die... So etwas habe ich noch nie gesehen. Das schaue ich oft. Das sage ich mir jeden Tag, wenn ich in den Spiegel schaue. Gut, äh... Noch umgeblödelt. Geblödelt. Ach, come on. Ach, du, Aal. Ehe, es. Das ist mal was. Ne, lass mal stecken. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist der Wert? Fünffünfzig. Ja. Das ist das erste Mal. Ich habe ja schon mal in der Legendary-Version oder Vanilla-Version gespielt. Und sowas habe ich da nicht gefunden. Und endlich finde ich mal so Stuff. Das ist geil. Stahlrim. Heavy Armor. Oh, okay. Ach, ich... Ist... Zwei Gramm... Äh, zwei Gramm, zwei Kilo leichter. Und... Oh, ist ein Träumchen. Tja. Ach so, äh... Das Problem... An der Sache ist... Die Verzauberung. Na gut. Meine Rüstung war ja verzaubert. Äh, wegen, glaube ich, 20 mehr Magika-Punkt. Boah, ist mich erschreckt. Aber egal. Leer. Guten Tag, ich bin, äh... Ich bin Nobody, äh... Wow. Oh nein, hoffentlich dreht die jetzt nicht am Rad. Und was braucht ihr? Nach euch. Ein Speicherstand. Nicht, dass du am Rad drehst. Gut. So, bald denkt noch Mehl. Stinkt. Hättet mich nicht, Schätze von diesem Ort mitzunehmen. Ich möchte nicht den Zaun der Toten wecken. Nö, nö. Alles gut. Ich sammle es ein und gebe es dir einfach. Und dann sage ich, du warst das. Was ist das für... Hm. Ist eh alles leer, also. Ich muss dringend noch eine Dietriche kaufen. Oh, na. Das ist doch unglaublich. Nö. Nochmal. Nö. Ach du. Oh nö. Das ist aber öde. Ach, was willst du denn jetzt? Gab es nicht auch eine Möglichkeit, sich selber Dietriche herzustellen? Weil ich glaube, ich brauche die gleich. Oh. Jippie. Jippie. Oh. Das war klar. Das hätte ich jetzt eben gebraucht. Stahlplattenstiefel. Gucken wir mal kurz. Die Stahlplattenstiefel sind 22. Die Dewema 21. Wiege 9. Und die Dewema 10. Okay, die Stahlplatten könnte ich mir auch gut vorstellen. Nur ich werde jetzt nicht alles neu ausrüsten. Ja, das frage ich mich auch. Aus dem einfachen Kronen. Ähm, aus dem einfachen Grund, ähm, weil meine Sachen, die ich anhabe, auch verzaubert sind. Oh, das habe ich gut gemacht. In dem Moment, wo, naja. Wo ich sieh, äh, laufe ich da durch. Man war mir, ich arbe glaube ich, aber mal nicht. Tu war's? Okay, gut." Okay, gut. Ich verstehe, komm! Opa, komm! 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 Die machen wir mit. Hat sich jetzt nicht dermaßen gelohnt. Ah, okay. Ich hätte es noch einfacher haben können. Okay. Zwei Damen sind beschäftigt. Und jetzt geht es gleich los. Und was braucht ihr? Verständnis. Dann mal los. Wohnen will ich ja jetzt nicht. Ach, alles leer. Geht nicht zu weit voraus. Ja? Genau. Auch wieder nichts. Und BAM! Yippie! Aua! So, gespeichert. Und gucken wir mal, ob sie jetzt direkt dabei sind. Ich hoffe es. Ich hoffe es. So. Da sind sie ja geil. Guten Tag. Ach, es geht noch weiter. Ihr haltet mehr am Rücken frei, ne? Ich habe kein gutes Gefühl bei dieser Sache. Oh, danke Lydia. Das habe ich so vermisst. Let's get ready to rumble! Boah! Einmal nicht aufgepasst. Ich dachte, komm, mach doch zwei Sekunden und dann, ja. Und dann heile ich. Ja. Too late. Okay. Selbe Strategie. Ihr kümmert euch um den. Kleorar Lincoln. Knochen Ev spiel. Astaat! Oh. No! Genau, let's burnen. Burn, baby, burn. Frostresistenz, Ausdruck, Magieresistenz, Zerstärke. Boah, eat this. So, dankeschön. Uiuiui, der ist doch schon stark. Es ist vollbracht. Der Schender ist besiegt. Nehmt den Erbrecher von seinem Sockel. Aua. Gibt's hier noch nen Schatz, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ist so lange her. Ja, ich weiß, ich habe das Schwert. Komm, ziehen wir mal das Schwert. Daugbreaker. Ich hab's befürchtet. Ne, dann gab's da. Kein Schatz. Oder ich hab's übersehen. Misuri. Ich weiß es nicht mehr. Ach, ich bin schon wieder hier. Wie schön. Mal Koran ist vernichtet. Yippie. Die Toten von Himmelsrand werden weiterhin in Frieden ruhen. Alles ist, wie es sein soll. Dank euch. Ja, ich weiß. Ein neuer Tag bricht an und ihr sollt ihn verkünden. Nehmt den mächtigen Dämmerbrecher und vernichtet damit die Verderbnis in den dunklen Winkeln der Welt. Führt ihn in meinem Namen, auf das mein Einfluss wachse. Möge das Licht der Gewissheit eure Bemühungen leiten. Ja, komm. Jeeee. Einmal. Ich fehlt aber jemand. Äh, I'm not amused. So, erstmal kurz. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Siebzehn. Hat nur siebzehn. Achtzehn. Ja, äh, sorry. Ich behalte erstmal mein Speer. Ich warne euch Bürger. Ihr nicht euch... Wenn Gelegenheiten des Kaiserreiches... Stellt euch davon. Glaub ich meine zwei. Der nächste. Kämpft wacker oder sterbt. Ich hab dich gerade gerettet, du. Ich hab dich gerade gerettet, du. Guck mal, das war mit. Weil... Ich hab keine Ahnung, ob das... Wo ist er? Da. Weil ich hab das Gefühl... Ja. Wenn ihr es wünscht. Dass sie nur leichte Rüstung tragen kann. Weil das... Oh, das trägt sie nur, äh, wenn... Äh, wenn Kampf ist. Den, warum auch immer. Auch, glaub ich, nur im Kampf. Jetzt machen wir mal folgen. So. Da, 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 da. Da, da, da. Da, 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 da. Ja. Nach euch. Ihr braucht etwas, wenn ihr es wünscht. Trägt sie nicht. Trägt sie nicht, okay. Ich hab mich gehört. Nach euch. Ja, Dawnbreaker, ähm, ist bestimmt ein richtig geiles Schwert. Ich hatte das ja schon... Einmal gehabt. Ähm, wenn man das nochmal verbessern könnte, wär's geil. Zum Beispiel Schleifen, das ist keine Ahnung. Äh, ich ja 20 hat, ha? Dann, dann wäre ich zufrieden, weil... Aber derzeit, wenn ich mir das hier mal anschaue... Ist ja auch nicht so schlecht. Genau. Na gut, äh, Meridia, wir haben, ne? Wir haben da was für dich getan. Gepriesen seien die, äh, äh, sind die Ohren, äh, ist Meridia, äh, ne? Na so. Yippie! Ja, ihr Lieben, das war auch die Mission zu Meridia. Ja, wo bleibt ihr? Lasst uns mal wieder zurückmarschieren, äh, Solitude ist ja in die Richtung. Was bist du denn für einer? Was? Ja, Meiner. Oh. Könnt ihr nicht zielen? Komm, grillt ihn! Aber grillt euch nicht gegenseitig! kiedy Ein Dädra-Herz? Papierstaub? So. Gibt es hier irgendwas in der Nähe, das dir so ausgetippt ist? Na kommt. Laufen wir erstmal eine Runde. Hier zwei Schlafmützen. Also Solitude gefällt mir echt. Ich weiß nicht, ob es eine Mod gibt, wo man selber so eine Stadt so ähnlich bauen kann. Wie Solitude, vom Stil her. Ich finde sowas geil. Boah. Genau. Lauf, dir kleinen Tierchen. So, da kommen wir jetzt auch gleich an. Ja, lauf. Gibt es mal auf einen Nerv. So. Hast du davon. Problem. Problem. Gut für dich. So. Ähm. Ja. Da wären wir wieder in Solitude. Und ich glaube, wir machen dann hier das nächste Mal weiter. Ah, ist das nicht schön. Okay, ja, das ist jetzt die Vorhalle. Ja, Halle kann ich nicht sagen. Der Voreingangsbereich. Aber seht ihr, was ich meine? Ich kann es nur so formulieren. Ich kenne nicht den Namen dieses Baustils. Ein steinernes Fachwerk. Man hat Stein, man hat Elemente vom Fachwerk. Ich finde die Kombination so gemütlich. Hier. Schenke, oder? Boah. Richtig gemütlich. Also wenn ihr hier was zum, ähm, kaufen hättet. Ja, da könnte ich es mir gefallen lassen. Hier ist eine Tür zugewachsen. Lift Office. Okay. Ja, hier ist es richtig gemütlich. Ich glaube, ich werde jetzt auch das Spiel hier ausklingen lassen. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bin immer noch in der Aufnahmesession von Freitag auf Samstagnacht. Naja, ich müsste eigentlich jetzt sagen, Samstag früh. Und ja, die Müdigkeit kommt jetzt langsam endlich. Ihr Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Du, warum auch immer. Was? Was? Ja? Äh. Du solltest eigentlich... Nach euch. Wenn sie nur im Kampf... Okay, äh. Vergiss es. Ich weiß nicht, warum du das machst, aber... Hm. Komm, ich probiere noch eine Sache. Wenn ihr das wünscht. So, jetzt. Keine Ahnung. Nach euch. Gut. Ihr Lieben. Danke, Lydia. Danke, Hinasa. Danke. Wir haben den, äh, schön zu zweit platt gemacht. Äh, zu dritt platt gemacht. Das letzte Mal, ähm, war zwar auch Lydia dabei, aber es war... nicht so einfach. Braucht ihr noch etwas? Äh. Ihr braucht etwas? Dann mal los. Habe ich jetzt eine Taste gedrückt, um die zu rufen? Na ja, keine Ahnung. Ihr Lieben, auch ihr meine lieben Nemos, ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr Ideen, Tipps oder Vorschläge habt, nur her damit, auch betreffend Mods. Ähm, wenn es auch eine Mod gibt, dass ich mir so eine Stadt bauen kann, so ähnlich, oder... haben kann, das wäre richtig geil in diesem Stil. Ich liebe sowas. Es wäre herrlich. Was ist los? Drachen? Hast du gesoffen, oder was? Ja, ich glaube, du warst da in der Taberna. Egal. Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Nobody. Du.